Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse. Ich habe euch ja von dem Guardian Horse erzählt, das ist ein kleiner GPS-Tracker, der mit meinem Handy verbunden ist und der sobald ich im Gelände oder am Reitplatz vom Pferd stürze, eine SMS an meinen Notfallkontakt sendet und dann sagt, dass ich vom Pferd gestürzt bin und vor allem auch, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, meine GPS-Koordinaten werden dann direkt an meinen Notfallkontakt gesendet, damit der dann auch Notfallmaßnahmen einleiten kann und vor allem mich auch finden kann und weiß, wo ich mich befinde. Ich habe jetzt schon einige Videos dazu gemacht, wo ich euch erzählt, wie man den einschaltet, wie man den programmiert, was der genau ist. Die genauen Informationen findet ihr unter dem Hashtag TrickyHorseTestedGuardianHorse. Das ist alles dabei und heute möchte ich euch den Test aus dem Wald zeigen, weil wir haben jetzt im Gelände im Wald einmal einen Sturz simuliert und einmal geschaut, ob dieser GuardianHorse auch wirklich so verlässlich ist, dass wenn ich irgendwo im Gelände bin, im Ausreitgelände bin, trotzdem ein Notfallkontakt, eine SMS bekommt, eine Benachrichtigung kommt und mich dann finden kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen von dem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst, ob euch dieses Video gefallen hat. Passt, starten wir los! Oh mein Gott! Mein Pferd! Es geht durch! Nein! Nein! Ich stürze! Ich stürze! Mein Pferd bleibt davon! Mein Pferd bleibt davon! Oh mein Gott! Aua! Schmerz! Ich bin gestürzt! Ich brauche dringend! Dringend Hilfe! 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 Malena! 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 Malena Was ist die Martina? Martina? Was ist das hier? Du bist gestürzt? Ja, sicher. Danke, dass du mich gerettet hast. Das ist ein Glück, dass wir den Guardianhaus haben. Also Leute, so wie ihr seht, haben wir jetzt ein bisschen dramatisch gezeigt, wie das passieren kann, wenn man im Gelände ist und stürzt. Klingt natürlich alles sehr witzig, so wie wir es machen. In Wirklichkeit ist das teilweise wirklich ein Ernstfall. Wenn man im Gelände stürzt oder auch am Reitplatz stürzt und bewusstlos irgendwo liegt und einen keiner findet oder erst nach Stunden einer findet, das kann wirklich über Leben und Tod entscheiden. Dementsprechend finde ich, ist dieser kleine Guardianhaus wirklich eine wunderbare Sache, um eben durch diese Verbindung mit dem Handy die Möglichkeit zu haben, dass immer ein Notfallkontakt kontaktiert wird, sobald irgendwas passiert. Man kann auch eine Entwarnungsnachricht schicken. Das heißt, wenn ich runterfalle und merke, mir ist ja nichts passiert, kann ich auch eine Entwarnungsnachricht schicken. Ich finde, das ist wirklich ein ganz tolles System, weil ich mich selber sehr sicher fühle, wenn ich sowas am Sattel drauf habe, weil ich weiß, auch wenn was passiert, ich bin nicht allein und ich glaube, das ist eine Sache, ein Schritt in der Reiterei, die eigentlich schon längst hätte passieren müssen und durch die Firma Guardianhaus ist das jetzt machbar. Es ist eigentlich ein ziemlich günstiges Produkt, man kriegt es schon relativ günstig, kann einen dann wirklich das Leben retten. Ich finde es genial, ich finde es super, es funktioniert, es haut hin, der Notfallkontakt kriegt der SMS, wird benachrichtigt, findet mich mit den GPS-Koordinaten, weiß wo ich liege, weiß wo ich bin und kann mir dann im Notfall auch wirklich helfen. Also ich finde das Produkt wirklich geil, ich werde es dann noch am Reitplatz nochmal testen, wie es dort ausschaut. Also so haut es auf jeden Fall hin, das Pferd bewegt sich eine gewisse Distanz von mir und mein Notfallkontakt wird benachrichtigt. Ich finde es ist supergeil, ich finde es ist supergenial, ich werde ab sofort gar nicht mehr ohne ein Guardianhaus reiten, weil ich es einfach super finde und ich würde mich freuen, was ihr davon haltet. Also wenn ihr sagt, was ihr davon haltet, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr vielleicht auch ein paar Ideen habt, was glaubt ihr, könnte man so ein Produkt noch verbessern. Ich finde von der Größe her ist es super, das kannst du überall hin tun, Handy habe ich sowieso immer mit beim Reiten, also das ist sowieso immer dabei. Ja, hinterlasst mir ein paar Kommentare, sagst mir was ihr, wie ihr das findet und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin unsere Videos anschaut und liked. Prost, auf ein gutes und sicheres Reiten! Baba! Adding Ausatmen Den